Vor dem Kommunismus hatte China eine glorreiche Vergangenheit. Was wäre, wenn sie zurückgebracht werden könnte? Seit 2006 bringt Shen Yun die Essenz der chinesischen Zivilisation zu neuem Leben, die tief verwurzelt ist in uralten Werten wie Barmherzigkeit, Ehrlichkeit und Glaube. Jedoch haben Jahrzehnte der Zerstörung, der Täuschung und Gewalt die Werte der Nation zusammen mit der eigenen Identität beinahe zerstört. Wie belebt man das wieder, was im heutigen China verloren ging? Das Herz von Shen Yun ist eine uralte Kunstform, der klassische chinesische Tanz. Beim klassischen chinesischen Tanz beginnen die Bewegungen im Herzen. Diese Charakteristik macht das Geschichtenerzählen im klassischen chinesischen Tanz unglaublich ausdrucksstark. Shen Yuns originale Musik verbindet Ost und West. Und wir bewahren traditionelle Techniken in unserer Produktion. Unsere Künstler folgen den Prinzipien von Wahrhaftigkeit, Warmherzigkeit und Nachsicht. Dies bringt eine größere Tiefe in unsere Kunst. Jedes Jahr zeigt Shen Yun eine völlig neue Produktion. Mit neuen Geschichten, neuen Kostümen, neuer Musik und neuer Choreografie. Dieses Vorhaben ist einzig aufgrund der Hingabe eines jeden einzelnen Künstlers möglich. Denn in unseren Herzen lebt eine Mission, die größer ist als wir alle. Schließen Sie sich uns an, um Schönheit, Weisheit, Humor und Dramatik aus 5000 Jahren wiederzuentdecken. Untertitelung des ZDF, 2020